Einen guten 5 Runden ist der Gemüse. Counter-Attack. Ja, wenn ich konter, ich hab Eye-V-Eye drin. Und sie kontern beide. Ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch. Mighty Guard wieder rein. Wieso klingt das bei Queen'a so schnell ab? Das irritiert mich ein bisschen. Stock Break. Und normaler Angriff. Und, jetzt müsste Freya gleich auch runter. Dämonenklaue? Mist. Konter. Oh, das ist so abartig mit Eye-V-Eye. Mighty Guard. Yes, yes, yes. Haha. Und. Komm. Sperr. Genau, jetzt kommt Freya wieder runter. Und macht 3000 Schaden. Dann kommt Stock Break. Und macht 5000 Schaden. Hohohohoho. Das ist so der heftige Skill. Ähm. Was will ich denn gerade machen? Ich kann auf einmal mit Queen'a angreifen. Ey, mein, dafür ist der Kleine eigentlich da. Spin. Macht wieder kaum Schaden. Ähm. Konter. Oh, das ist so abartig. Was Emero rausdrückt, ist so heftig, ne? Das geht gar nicht. Für den Gegner. Blue Magic. Ich werde nochmal Mighty Guard aktivieren. Freya mit reinzukriegen, um das für die anderen zu aktualisieren. Und ich werde weiter angreifen. Weiter mit allem, was ich... Okay, das war's. Das war der Drache. Was? Wie habt ihr Death Guys besiegt? Glaubt ihr wirklich, dass ihr mich besiegen könnt? Und... Boom. Explosions. Das macht Spaß. Da, 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 da. 0, 0 bekommen. Und ein Winger. Super. Ich hab Emerant immer noch nicht im Team. Aha. Und zurück. La, 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 la. La, 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 la. Hier rein. Tent benutzen. Yes. So. Damit wenigstens das Gröbste schon bei mir aufgefüllt ist. Jetzt gucken wir. Es ist... Alles soweit wieder größtenteils voll. Ähm. Dragonkiller kann wieder raus. I4I hätte ich echt gern drin. Ich nehm Bodytamp raus und tu hier I4I rein. Hat er auch I4I? Hat er nicht gelernt. Schade. Equip. Was bringt denn I4I? Ich möchte ihm kein anderes Schwert geben. Das steht fest. Genji hat... Nein. Nix. Ich glaub, das kam über ihre Rüstung rein oder so. Ah, ich seh keins. Ich seh keins. So. Wo ist es drin? Okay. Sie kann irgendwas anderes tragen. Das ist blöd. Wir speichern ihn letztes Mal. Okay. Und zwar aufs und eins. Und zwar mal wieder oben. Ja. Ich möchte dafür unbedingt den ersten Slot belegen. Emero. Team Emero. Crystal World. Und ab ins Portal. Komm. Alles oder nix. Rein da. Alles oder nix. Hallo Kuja. Da ist er. Ich kann's nicht glauben, dass du Death Guys besiegt hast. Nun, meine Zeit ist fast rum. Zeit zu sterben. Für euch ja alle. Ich liebe diese Musik. Das ist einfach so der Hammer. Es ist so... Kristall im Hintergrund. Es ist Kuja. Trans-Kuja. Ah, es ist... Ja, Baby. Gut. Ich möchte anfangen mit... Holy Shit. Eigentlich mit White Wind. Äh. Mighty Guard. Aber ich glaube, die ersten von mir sind jetzt sogar schon tot. Nö, nicht ganz. Nicht im geringsten. Meint sich natürlich. Attack. Ja, und jetzt geht das Lied los. Jetzt dreht's auf. Okay. Wir... Trans-Kuja. Komm. Bumsi tot. Was haben wir denn drauf? Wir haben... Als nächstes Emero. Emero macht... ...nen Miss. Er... Oh, 5000 Schaden. Maneater hab ich drin. Na klar. Deswegen hau ich so rein. Und ich hab mich schon gewundert. Haha. Da brauch ich Stockquake und so'n Scheiß. Überhaupt nicht. Der Kerl ist am Arsch. Da, 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 da. Und selbst Quina darf angreifen. Quina, feier mit mir uns. Komm. Knüppel den Tod. Knüppel den Tod. Knüppel den Tod. Critical. Oh Gott. Reflect. Willst du damit? Mighty good. Gut, Reflect wäre natürlich ne miese Überraschung, wenn ich jetzt mit Vivi oder so schon einen Angriff befohlen hätte. Flairstar. Okay, Flairstar muss ich erklären. Flairstar macht Schaden in Höhe von meinem Level mal 40 oder 50. Ich bin mir nicht ganz sicher, was von beidem es war. Das macht ne Menge Schaden. Ich glaub, es waren 40. So wie's aussah. Auf jeden Fall tut es weh. Und das reicht an Erklärung. So. Und wenn ich ganz viel Glück hab, kann ich meinen Trance, heißen sie von Emero, Steiner und Freya, behalten. Das wird das Ganze so einfach machen. Flairstar. Schön. Wir sind heute wieder ganz fair, Kuja. Wir sind total fair. White Wind. Oh, ist das doof, ja. Und das Grafik glitscht mich wieder. Total. So. Trifft es? Es misst sogar bei so vielen. Das ist Pech, Kuja. Das ist echt Pech für dich. Flairstar, ach, lag mich doch. Kontert der jetzt damit, oder was? Dann nutze ich vielleicht doch mal Stockbreak. Weil jetzt alle zu Trance wäre dumm. Dumm und von mir für mich totales Pech. Holy. Och Gott. Och Gott. Wenn er jetzt echt immer Flairstar nutzt. Ich bin so im Arsch. Ich bin so im Arsch. Vor allem Freya hat jetzt Probleme. Und kommt ein Flairstar. Nein. Doch. Hm. Vielleicht muss ich meine Strategie ändern. Und zwar sehr bald ändern. Weil ich das nicht lange überstehen werde. Nein. Trance mit Emero. Ein Trance-Mero. Du jumpst mal. Und eine Trance-Queen. Ein Trance-Queener. Schön. Leider total verschwendet. Ah. Boah. Das sollte hinhauen. White Wind. Genau. Das wollte ich von dir. Ah. Schön. Komm schon. Jetzt heilen sich alle ein wenig. Und dann kommt... ...ein Angriff. 7000. Oh. Das ist heftig. Das tut weh. Stockwake. Gleich hinterher. Und... Das war's. So. Uh. Ich werde eh sterben. Ich muss nicht mehr... Ich muss mich nicht mehr fürchten. Aber ich werde nicht alleine sterben. Wie kommt alle mit mir? Ultima. Ich hab's gehahnt. Hu... Ha. Da ist es wieder. Hm. Das könnte wehtun. Das... ...wird sogar garantiert ein wenig wehtun. Ja, das hat mich wieder umgelegt. Und Ihnen gleich mit. Und wahrscheinlich auch den Kristall, wenn ich Pech habe. ...wil dict� 안t уров sol. Ha. Du.